Nach dem Fall von Johnny K. vor zwei Jahren schockt erneut ein Tötungsdelikt am Alexanderplatz in Berlin die deutschen Bürger. Das erhöhte Polizeiaufkommen vor Ort konnte die Messerstiche nicht verhindern, an denen ein 30-Jähriger am Sonntag verstarb. So schrecklich die Tat ist, wie die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, passieren in Berlin weniger Straftaten als in Frankfurt. Dort verzeichnete die Polizei 2013 16.292 Delikte. Im Ranking folgt die Stadt Köln, dann kommen Berlin, Düsseldorf und Hannover. Trotzdem, auch wenn die Zahl der Tötungsdelikte rückläufig ist, belegt Berlin mit 193 Tötungsdelikten den ersten Platz im Städteranking, was sie tatsächlich zu einem gefährlichen Pflaster macht. Das unterstreicht auch der Bundesländervergleich. Hier liegt Berlin vor Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.